ja hallo hier bei michi tv zu unserer zweiten fifa aufnahme also bei mir jetzt und wir spielen nicht mehr schalke ding wir spielen jetzt was hast du gesagt bayern gegen mainz und mich ist bayern und ich bin mainz mainz das ist ein faires duel spielen die nächste ja dieses wochenende denke ich mal ich weiß nicht aber dieses wochenende spielen aber bei mir spielen ist klar ich habe ein schönes trikot was nimmst du mir das alles klar ich lass das jetzt auch das mal so steffen schwurbel ja ich habe den ball verhauen echt ist das okay nein ich habe ich habe in dem schuss die trauer des 1 0 gegen dortmund die hat man da gespürt gegen schalke ja nee nee dann noch hier von bayern ja ja von bayern ok ja das fängt sehr gut an 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 eben sicher 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 ist sicher sicher ist sicher Sven, so geht das nicht, so geht das nicht. Sie hätten jemanden gesehen, der so schön einwürfe wirft. Oh, einfach scheiße. Oh, das war auch scheiße. Oh, das war auch scheiße. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht. Hast du angezwirbelt, ne? Ein bisschen, ja. Der Tor war das Wettlo. Wettlo? Hat Mainz irgendwelche guten Spiele oder irgendwelche großen Ereignisse in den letzten zehn Jahren gehabt? So, das große Mainz-Wunder von Mainz oder so? Weiß ich nicht. Ja, die sind aufgestiegen und haben die Klasse gehalten. Ist gut. Ja, auf jeden Fall. Das reicht ja, ne? Das wäre fast das Wunder von Mainz gewesen. Ja, wer wäre es? Na, wenn der Robben schon dann abhelfen muss, ne? Ja, das macht er doch immer gerne. Da merkt man schon, Mainz macht Druck. Oh, Mainz macht scheiße. Ja, ich... Thomas aber auch. Ja, Mann! Hat er so angesucht, wo ist denn hier jemand? Ja, ja, der oben, der war auch nicht... Wow, 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 wow. Michi macht. Das war nicht, 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 nicht. Falscher Spieler. Ja, aber selbst wenn ich vor das Tor kommt, die haben immer noch den Neuer, ne? Ja, das ist, das ist, das ist der große Neuer. Das ist ein Trauerspiel. Alter, kannst du mal bitte ein bisschen vorsichtiger umgehen? Du weißt, wenn es der Robben gewesen wäre, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Beinbruch. Oh, scheiße, das war der falsche Spieler. Zu! Oh! Zu! Zu, Mann! Mach doch zu, die Beine! Mach doch zu, Mann, Junge! Es riecht nach Fisch. Rett! Haha! Fing das schon wieder an, du hast schon mal ständig gegen meine Spieler gespielt. Die hatten danach völlig blaue Flecken. Ja, die, die, die armen Schalke. Uah, hohohohoho. Alter, nein! Hahaha! So seht ihr, so bekommt ihr einen Elfmeter. Das ganze... Alter, das wollte ich nicht. Alter! Ökosturm! 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 Oh, Mann! Ja, genau! Geh mal mit meinem Torwart! Ja, Mann! Deswegen Nummer abholen! Ne Nummer? Nummer gegen Mann! Ah! Also! Ja, ist auch schwer, ne? Ja, ja, sicher. Mit den kleinen Mainzern. Mit den großen Bayern. Mit dem eben Trainer Mischaira. Ja, ja, ja! Oh! Schweinsschreie! Ja, ja! Ja! Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Was mache ich denn? Überall diese blöden Mainzer. Wieso rennen die nicht mit bei mir? Alter, der ist umgefallen. Wieso ist die so lahm? Oh, da macht sich eine Lücke auf. Da macht sich eine Lücke auf. Oh, was war das denn schon wieder? Mann! Oh, Alter! Da bin ich schon lieb zu meinen Spielern. Die tun dir doch gar nichts. Ja, komm, drei Spieler und der hat immer noch den Ball. Robben, los, Mann! Du bist zu langsam. Ja, will ich aber auch hoffen hier, ne? Lahm. Ja, lahm, muss ich aufpassen. Und was glaubst du, wie es im DFB-Pokal dann aussieht? Wer wird gewinnen? Bayern, oder? Sicher? Ja, aber sind das eine ganz andere Situation dann? Warum? Was ändert die Situation? Bayern hat geweint, oder was? Bayern hat... Das ist alles... Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall... DFB-Pokal ist aber was anderes. Da wollen die ja sicherlich wenigstens, wenn sie die Mannschaft nicht kriegen, wenigstens einen Pokal holen. Denk ich mir mal so. Ja, sicher. Wer möchte das nicht? Wer hat letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen? Schalke. Schalke? Ja, das war ja gar nichts. Aber ich brauchte ein paar Tor-Schüsse. Für die Statistik. Ich weiß ja. Als Trainer ist man das so... Oh. Mir ist Statistik geil. Jop. Oh Mann, die stehen aber so blöd da. Oh Mann, aber du haust auch meine Spieler mal um. Ja, komm, hör auf. Alter, wie lahm! Ey, ich wollte den eigentlich reinflanken. Ja, Ecke für mich auch nicht schlecht. Oh mein Gott. So, komm hier, toi toi. Oh, die Ecke gut. Ivan Cic. Hast du das schon vorher vergessen, ey. Pass mal raus hier. Boah. Wenigstens mal versucht, ne? Hier ist... Wie heißt der? Salami? Ja, das ist... Die Salami hat geschossen. Ja. Oh. Da, da. Uhuhuhuhuhuhu. Abseits, oder? Nein! Ey, das muss doch Hank gewesen sein. Ja, eigentlich schon. Ich hab das auch gesehen. Da laufen drei Spieler den Typen hinterher und kriegen sie einfach nicht rein. Du bist doch nicht mal gelaufen. Nee, ich bin gejogged. Trinkst du da gerade einen Tee, oder was? Nee, ich trink Orangensaft mit Wasser. Ah, okay. Ja, mal hin. Wie schaut's denn aus? Ich hab mehr Ballbesitz. Zweikämpfe, na ja. Schüsse aufs Tor. Du hast sogar vier. Ich hab zwei. Ja, bringt nix. Ja, ja. Ich hab irgendwie... Ja, weiß nicht. Komm heute nicht in FIFA rein. Ja, du hast n'Tau geschossen. Ja, ja, sicher. War auch wieder blöd. Ah. Ja, Mann, das gibt's nicht. Au. 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 Raoul. Au. Alter, das war ein Foul, Mann. Voll. Ja, klar. Der fällt direkt nur sofort um, der Rivarie. Ja, ohne. Der ist so klein und so schmächtig. Dadurch müsstest du den nur anpusten. Wie eine zarte Blume. Oh, oh. Oh, Mann, jetzt. Immer ne halbe Sekunde, ey. Ja, das wollte ich jetzt nicht gönnen, diese Scheiße. Weißt du, da kommt wieder so ein Ball an den Müller, war das. Ja, Müller, nee, komisch. Hab ich schon gesehen, als Müller war das. Alter, der wiegt nur rum die ganze Zeit. Hallo, Mama. Hallo. Ist ein Spieler von mir angeschossen. Ist ja nicht gar nicht sozial. Wir sind viel schneller. Ja, das muss ja auch so sein, Mann. Muss ja auch so sein. Warum? Du kommst ja gar nicht dazu, den Ball irgendwie in die Mitte zu spielen oder nach außen oder nach innen. Aber der war schlitt. Ja, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Vielleicht wird das jetzt ein 1-1 oder 1-0. Ich komm da oben. Ja, ich komm kaum durch und wenn, dann können die nicht schießen. Eben war ganz gut, das war die beste Scheiße. Ja, ich sag's doch! Zidane. Ja, ja. Cooler Name. Ja, auf jeden Fall. Weil wir würden nicht gerne Zidane heißen. Na ja, na ja. Vor allem wenn wir mit von einem Zucchini halten. Zucchini Zidane. Ich hab' den Ball nicht gedreht. Mhm. Ja, komm. Mann, Gomez. Ach, abseits, auch noch. Ja, ihr kennt's doch, Gomez steht egal, wann immer am abseits. Ja, selbst bei der Kasse, ey. Ja. Gomez, du musst zurück, abseits. Was ist da draus? Ja. Hä? Ja, du warst mit Lahm geschossen. Keiner mehr. Alle stehen sie da in der Mitte, ey. Oh Mann, leg mich doch. Liegt ja hier auf dem Boden, steh auf, Mann. Du musst weiter spielen, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ja, das ist traurig. Ich muss doch verstehen. Ja, ja, schöpft es auch. Mir sind viel gelaufen. Wir sind Bayern, wir sind Bayern. Mann. Kann doch nicht alles klappen. Ja, und? Ja. Wunderschön. Gomez. Ja, natürlich, wunderschön. Erst mal schlafen legen. Der Tor war, der war erst reagiert, als er bald schon Tor war. Schnell los, Tor. Jetzt. Ist der Ball? Oh, Gomez. Hä? Na, ich wollte eigentlich nach oben. Na. Sind alle so lahm. Ja, Mann, ist es Mainz und nicht irgendwie Barcelona oder was? Trotzdem, hoch. Ja, hoch. Wo war der denn hin? Ja, da hast du gerade Muffen, ne? Aber was ist Muffen? Ist ja nur mein, so nicht? Äh, Barcelona. Ja. Die kommen ja auch kaum durch. Oh, Mann. So was machen wir nicht mehr. Was machen wir nicht mehr? So ein Spiel. Mainz gegen Bayern oder so. Warum denn? Ja, der kann ja immer Mainz spielen. Ja, dann weggekommen aber. Aber am Stück. Gönne sich dann da einen Weg, ey. War doch Gymnastik, oder? Ja, guck mal an, wie der Gymnastikurs ist. Ja, aber der Schuss an sich, der war schon, ja, weiß nicht. Lass ihn doch aufs Tor gehen, mein Gott. Auch das wär's nicht lahm. Alter, nee. Groß war langsamer. Ja, aber... Langsamer, nicht langsamer. Bleh. Ja. Ja, du musst den Ball heute nicht mehr aufnehmen. Ja, da ist der Ball. Nein, nein. Weiter oben. Weiter oben, Mann. Alle zurück. Bitte alle zurück. Ja, da steht doch immer einer, ne? Immer einer, der so eine Rübe da hat. Du musst auch da reinrennen, lenken. Alter. Das ist mir aus Versehen, das ist mein ausgerutscht. Ja, nur ab hier. Ja, Mann, jetzt. Karte hättest du's ja auch geben können. Oder dann noch, äh, Freistoß. Halt aber. Irgendjemand kriegt jetzt Helm. Ja, ja. Du, hier, komm her! Ja, rasiere dich erstmal, Schiri. Was, Mann, was? Und weg. Oh. Oh, Mann, jetzt. Was ist denn das? Ja, und dann kriegst du nur einen Freistoß. Ja, was? Du rufst meinen Spieler da oben, es gibt keinen Morgen mehr, weißt du, und du kriegst einen Freistoß. Kennst du doch die Bayern. Ja, warum, renn denn zurück, du voll? Ach, Mann! Ich bin nicht aufgepasst. Ja, komm jetzt, ey. Mann, Müller. Ja, bis der da ist, ich passe immer da vorne. Ja, Mann, ja, wieso nicht, ne? Oh, ich wollte eigentlich raushauen, aber der hat den verlängert. Tada! Ich hätte, ich hätte... Oh, Mann, jetzt, gib mal den Ball her! Mann, ey, ich hab verloren. 2-0 gegen Michi. Gegen Michi! Ah, ist ja schon zu Ende! Zuschauer, ist zu Ende! Ich hab gewonnen! Er klatscht in die Hände und lacht. Hey, du. Und geht in deine Haare zurück. Der Neue. Guck, ein bisschen traurig, ne? Habst du dann auch auf den Hopf geschlagen oder auf den Popo vom Lager? Heute Abend wieder, ne? Oh, nein, ich fühl dich nicht. Hilf mir! Mann, ey. Ich hab Geld bekommen. Voll blöd. Da, der Badstuber. Kannst voll vergessen. Was sie sich da wohl alle sagen. Keine Ahnung. Ruf halt von Bayern an und frag, was sie... Wunderschön, ne? Wunderschön, ne? Würde ich mal sagen. Was hattest du für Chancen? Die. Ja, ich hatte ja einen Elfmeter, ne? Ja, das hat alles rausgerissen, ey. Da war ich demotiviert. Demotiviert. Und dann hier dieser wunderschöne Kopfball. Ja, wunderschöne Anfängsstrichen. Ja, das war die letzte Chance von mir, Mensch. Mensch, schön. Ich hab aber auch Chancen gehabt, mein. Ja, das war's dann, ne? Das nächste Video kommt dann wieder beim Sven, ne? Ja. Ja. Tschüss.